Das gibt's doch nicht. Im Grün werden wir jetzt auch angegriffen. Wo ist Grün denn? Hier unten oder wie? Wahrscheinlich. Gut, eine weitere Galeone kommt noch. Du fährst voran, du nicht. Das eine Schiff muss nochmal repariert werden. Okay, du hast den Hafen repariert, reparierst jetzt das Schiff. Zum Glück haben wir schon gute Galeonen. Zwei Stück nehme ich noch rein. Okay, dann nehmen wir die Kanoniere. Dann haben wir schon mal eine Weile was geschafft. Hier oben werden wir angegriffen. Das ist nicht schlimm. Der kann auf euch schießen. Das ist auch nicht schlimm. Hier oben haben die schon alles vernichtet. Na gut, wenn's sein muss. Dann reißen wir jetzt erstmal alles ein, was es so gibt. Apropos, ich hab noch gar keinen Markt. Kommt bitte mal zurück. Du reparierst die Galeone. Genau, machst einen auf Flickmann. Bleibt hier. Die sind doch egal. So, wo ist mein Bauarbeiter? Du bist gerade am... Äh, ja, beschäftigt. Du bist einfach beschäftigt. Wir nehmen mal zwei neue. Okay, du gehst rüber. Alle Transportschiffe mal bitte vereinen, dass ich nicht mehr alles in der Nähe hab. So, du wirst jetzt erstmal hier alles zukleistern. Er schießt hier mit Kanonen. Auf Spatzen. Ihr könnt ruhig mit nach oben kommen. So, zwei neue Leute sind da. Die werden jetzt erstmal unsere Schiffe reparieren. Könnt ruhig weiter raus, aufs Meer. Du machst das Schiff fertig, du das. Ihr baut die Mauer. Bitte mit Tor. Kann ruhig so gebaut werden. Das ist schon in Ordnung. Schön fischen gehen. Ich brauche jede Menge Nahrungsmittel. Gerade auch für später. Belagerungsingenieure sind wichtig. Dann muss ich Rammen bauen und losziehen. Es wird Zeit. Wir haben ja jetzt Paladin. Es ist alles gut. Wir können jetzt alle schaffen. Wir sind die Besten. Haben aber nicht genug Holz. Oh. Okay, na gut. Das Tor wurde schon mal gebaut. Hat wahrscheinlich auch Holz verschlungen. Dann bau doch mal bitte eine weitere Mauer so entlang, dass die hier nicht mehr durchkommen. Und dann machen wir hier oben noch alles zu. Und alles ist gut. Belagerungsingenieur fertig entwickelt. Achso, speichern sollte ich auch mal. Speichern. Und der LP01. Guckst du hier bitte trotzdem weiter um? Es gibt hier noch weiteren Stein. Das ist schon mal gut. Achso, Orange kommt durch, weil das unsere Freunde sind. Ich wollte gerade sagen, was ist hier los? Aber klar, das sind ja unsere Kumpels. Das ist ja Heinrich. Heinrich ist ja endlich mal ein Kumpel von mir. Hat auch lang genug gedauert. Gut, dann haben wir das hier auch alles erkundet. Dann werden wir uns gleich mal mit Heinrich richtig anfreunden. So, du hast alles fertig gebaut. Sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Dann machst du hier jetzt noch alles zu. 160 Holz für ein so ein Teil. Wahnsinn. Weitere Bauarbeiter kann ich eigentlich nicht gebrauchen. Der eine klopft hier ganz fleißig seine Steine weg. Das ist natürlich gut. Oh, da sind die anderen auf dem Weg. Bitte einmal rüber. Ich weiß nicht, was die vorhaben, wo die hinwollen. Aber sie kommen hier nicht mehr durch. So wollte ich das sehen. Gut, jetzt bitte den Rest noch kaputt machen. Das ist alles wieder repariert. Alle wieder zusammenführen. Du haust mal bitte ab. Gehst hier wieder zurück. Okay, alle Mann wieder nach Hause. Ihr geht hier auch bitte dorthin zurück. Hier ist die Mauer schon mal zu. Aber wenigstens wissen die jetzt Bescheid und werden nur noch oben rein. Das kann für uns nur ein Glücksgriff sein. So ist gut. So ist gut, alle wieder zurück. Der Hafen muss weiter beschützt werden. Das Ding ist zu. Das machen wir auch noch zu. Und jetzt haben wir genügend Ressourcen, um unsere Leute anzugreifen. Die Feinde anzugreifen. Wir werden auch noch eine Festung hier hinstellen. Die baut ihr beide bitte. Okay, die Leute werden alle geheilt. Ja, mach das mal so zu. Ist schon okay. Dass ich soll... Ja, ja, mach mal, mach mal. Dankeschön. Gut. Und wenn du mit der Mauer fertig bist, kommst du einfach rein. Baust die Burg zu Ende und dann ist gut. Dann haben wir jetzt alles erstmal abgeschlossen. Hier kommt keiner mehr zu uns. Die Insel ist jetzt eigentlich so gut wie abgeschottet. Ihr seid noch verkehrt. Ihr sollt eigentlich auch hier vorne mit hin. Ja. Na, dann macht mal. Die kosten bloß Nahrung und Gold. Bloß ist gut. Ich brauch unbedingt mehr Gold. So, zwei weitere Rammen. Hier könnt ihr jetzt auch mit hochkommen. Ihr seid weitere Kämpfer. Irgendwas wurde eingerissen. Das ist zwar nicht was, aber das ist auch egal. Barbarossa, ich hasse es, euch zu schlagen, wenn ihr vor mir kniet. Aber der Lombard-Bund ist auch der Meinung, dass ich der bessere Kaiser bin. Tut mir la... Sagt wer? Da hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber ich glaub, die heulen rum, weil wir jetzt eine Festung haben. Das heißt, wir werden mal unsere Elite-Deutschritter ausbauen. Ihr seid ja normale Deutschritter. Hoffentlich werdet ihr auch gleich entwickelt. Auch wenn ich noch nicht dran glaube. Ich kann's nur hoffen. So, bitte immer gleich hier vorne versammeln. Ja. Ja. So, ist schön. Okay. Jetzt kommen wieder alle Schiffe an. Auf einmal. Aber sie haben keine Chance. Das wollte ich sehen. So, das Schiff dürft ihr wieder reparieren. Jetzt hab ich zwei Schiffsreparateure. Achso, das ist noch ein extra Schiff. Das muss ich extra steuern. Ah, und die Elite-Leute sind fertig. Ihr seid aber noch normale Deutschritter. Da mach ich jetzt noch Elite-Deutschritter mit rein. Das müsste reichen. Das müsste reichen, um jetzt alle kaputt zu machen, die da kommen. Ich hoffe es zumindest. Das Gold ist jetzt auch fast weg. Okay. Wir werden gleich mal einen Markt bauen. Wir werden gleich mal einen Markt bauen. Okay. Ich kann hier vorne mit stehen. Ich kann hier vorne mit stehen. Okay. Okay. Reiter ebenfalls hin. Die Ramme nach vorne. Peter Diere erschaffen. Und wir haben zu viele Leute. Okay. Dann machen wir es diesmal ohne Peter Diere. Ja. Das wird auch sowas. Dafür werden wir uns Mühe geben. So. Hier können wir jetzt offiziell Handel treiben. Und einen Marktkarren bauen. Gilden würden auch noch die Handelsgebühr senken. Ich hoffe ihr kommt einigermaßen gut voran. Speichern. Unter LP02. Und dann ziehen wir mal los in den Krüsch. Bis auf die Bauern. Die bleiben bitte alle hier. Jetzt habe ich hier schon 5 Leute. Oh. Weil ich die vom Stein weg geholt habe. Okay. So. Alle Mann los. Ich weiß nicht ob ich sicherheitshalber noch welche hier lassen sollte. Aber ist glaube ich egal. So. Nochmal speichern. Ich kann nicht oft genug speichern. Ich habe echt Angst. Jedes Mal wenn ich losziehe. Dass irgendwas schieb geht. Und wir müssen grün definitiv vernichten. Eine der Städte die uns hier andauernd angreifen. Grün. Lila. Ja. Ich weiß nicht was es sonst noch gibt. Vielleicht gelb. Orange ist ja Heinrich. Hier stehen überall Leute rum. Hier stehen überall Leute rum. Gut. Einer weniger, der uns angreifen kann. Ah, solange die unten sind, haben die oben nichts zu tun. Das ist gut für uns. Das sind wieder Bösewichte, die gerade mein Gold kloppen. Das finde ich jetzt aber nicht schön. Was? Achso. Ich wollte schon sagen, aber das ist ja der Mönch. So, schön. Alle erschießen. Okay, aber bleibt bitte versammelt. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Bekehrt ihn. Na. Schade. Hätte ja klappen können. Ihr kommt bitte mit. Geht hier schon mal drauf. Na, bleibt ihr alle hier bitte. Ah, selber schuld. Ehrlich mal. Gut. Gut, der Priester geht hinterher und heilt. Kann ihn nicht bekehren. Verdammt. Doch, es funktioniert. Hier geht bitte rein, macht die Mauer kaputt. Du musst mal einen Bauern bekehren, bitte. Irgendeinen. Heilen wir bitte ein bisschen. Macht endlich die Mauern down, wir müssen rein. So ist gut. Gelb hat jetzt schlechte Laune, weil wir denen alles kaputt machen. Okay, und ihr kommt bitte alle mit. Wir gehen jetzt wieder nach Hause, weil wir hier oben nichts mehr tun können. Wir haben so gut wie alles verloren. Wir gehen jetzt wieder auf irgendwas geschossen. Wir gehen jetzt wieder auf irgendwas geschossen. So, alle mal nach Hause. Schade. Es hätte ja klappen können. Ich muss unbedingt Leute dort hochholen. Am besten eigene Bauern. Wir haben ja hier noch welche übrig. Und die Petadiere sind fertig. Sehr schön. So, ihr kommt bitte alle mit. Ihr werdet euch jetzt oben das Gold schnappen, schnabulieren. Ihr habt kaum noch was zu tun. Ihr werdet mal hier bitte ein neues Lager bauen. Ein neues Holzfällerlager. Allzu viel Holz gibt es hier auch nicht. Dann müssen wir da draußen weitersuchen. So, alle mal nach Hause. Zwei neue Priester. Ab nach oben. So ist schön. Achso, und der Priester, der kann bitte auch gleich hier vorne stehen und die Leute heilen. Nein, nicht da rein. Da vorne stehen. So, da oben muss was hin. Wir gehen hoch. Wir bauen einfach ganz schnell einen Turm. Dann sind die Leute wenigstens schon mal abgelenkt. Oh, da kommen neue Leute. Ah, 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 au. Das finde ich jetzt aber nicht so witzig. Oh, Felder abgeerntet. Verdammt. Nicht dran gedacht, neue wieder in Auftrag zu geben. Müssen wir jetzt erstmal um eins nach dem anderen kümmern. Hier geht auf die Festung. Ihr bleibt bitte alle hier. Die ganzen Reiter sind tot. Dann bleibt ihr nicht hier, dann geht ihr da raus. Und zwar so schnell wie möglich. Und ich brauche neue Bauarbeiter. Und jetzt bitte abbauen. Gut. Du baust noch einen weiteren Turm. Damit die auch noch weiter abgelenkt sind. Und jetzt bitte abbauen.